Moin Leute, hier ist Timi Hendrix und ich wollte dir nur mal sagen, es läuft und es läuft richtig gut. Es läuft bei La Frontera Victoriana. Wir sind Timi und Mirko von La Frontera Victoriana. Wir sind jetzt hier im Studio und spielen jetzt gleich einen ganz tollen Song für euch ein. Und zwar die Brücke am Main. 1, 2, 3, 4. Mit dabei natürlich, nicht von unserer Seite wegzudenken, ist unser herrlicher Halbgott am Studiomischpult, Basti. Einmal Applaus für Basti. Und es läuft bei ADS. Mann, ich denke, das ist hier alles fertig gebaut. Hier klappt doch wieder nichts. Und weißt du, und ich dachte, ich komme hierher und ihr seid schon langsam an den fünften Songs aufgelen. Oh Gott. Alles gut. Wie hat die Gitarre? Schmeißle. Ich habe nicht überhaupt gestimmt. Was für eine Schmutzspur braucht ihr eine Stimme oder was? Du bist feige. Wesser zu hoch als unsauber. Ganz kurz mal einen Gruß an Ron Paustian. Vielen Dank für den Support. Gruß an Thomas Tegelhütter, Gruß an die ganze Bagage vom Headbangers Open Air, Gruß an den dunklen Paradenhütter und Gruß an all die anderen Nasen da draußen. Die Rockhards-Fraktion weiß schon, wer gemeint ist. For Out! Ach so, was ich noch sagen wollte. Wer am 24., am Sonntag, dem 24.8. nichts vorhat, der kann gerne zu uns kommen. Zum Videodreh von La Conterra, Victoriana, zu dem Song Die Brücke am Main. Und zwar wird das in Großsold stattfinden. 24991. Die ganze Geschichte beginnt um 10.30 Uhr. Die Statisten sollen eigentlich erst um 14 Uhr erscheinen. Wer aber vorher dabei sein will, kommt bitte vorbei. Offener Kanal, Flensburg und eventuell auch der NDR sind auch zugegen. Wir brauchen alle Leute, die wir kriegen können. Und bringt bitte irgendwas, was nach Gothic oder Steampunk-Kamotten aussieht mit. Dankeschön und einen schönen Abend noch an euch. Euer Timi Hendrix. Bis bald! Bis bald!